Mein Rechner brennt! Rein in das Ganze, wir klicken hier auf ein neues Spiel. Ähm, blind gezockt, planlos gezockt. Wir gehen einfach rein und erfahren, ob es gut wird oder nicht. Geben Sie den Namen Ihres Internetcafés ein. Machen wir. Äh, was sind wir? Äh, On Fire Nerds. So, machen wir so was, anfangen, rein damit. Näh, wo sind wir denn hier gelandet, Alten? Direkt in der Shisha-Bar oder was? Schockgüsel. Alten. Hör. Huhu. Näh. Alten, ich bleibe hier. Wir werden jetzt mal schön einen durchbarzen, Alten. Hör. 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 Ja, ein bisschen Chai, Alten. Ich brauche noch ein bisschen, haben wir hier noch ein bisschen Chai? Haben wir nicht. Ne, Alter. Perfekt. Hör. 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 Ah. Hui. Das ist aber der, der gute Elkiv ist da drin. So. Äh. Wo wollten wir hin? Ab geht es. Rennen wir mal. Den, den Aufzug. Alter, was ist das für eine Butze, ey. Sensationell. Ich würde hier auch wohnen, ey. Fahrstuhl, direkt vor der Haustür. Und dann stehst du direkt in der eigenen Shisha-Bar, ey. Äh. Jo. Rauf oder runter, egal. Wir drücken mal. Hallo? Ah, ey, Küt. Also es funktioniert. Also wirklich. Nicht irgendwie nur ein... Alter, laut ist ja aber ein anderes... Also es ist ja anders laut. So. Rein da. Puh. Was ein Krach. Alter, das ist das Ganze nicht ausdenken. Da muss ich aber ingame ändern. Alter. Okay, ich glaube, so ist es okay. Alter. Krass. Wo wollen wir denn hin? Gehen Sie ins Internet-Café, drücken Sie M, um die Karte zu öffnen. Eigentlich ein ganz geiler Stil. Eigentlich ein ganz geiler Stil. Wie so aufgemalt. Krass. Dein Internet-Café. Also wir müssen raus, runter. Links, rechts. Alles klar. Dann kommen wir hin. Also wir wollen nach unten. Hallo? 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 Ich bin hier gefangen. Hallo? Oh, es geht weiter. Alter. Alter. Ich hab... Ich hab... Ich hab ein bisschen Schiss hier bei der... Bei der eulen Karre. Rams. Oh, Katze, Kotze. Oh. Alter, was ist hier los? Was ist denn hier los? Hallo? Ich weiß alles, was in der Stadt passiert. Ja, ja, ja. Nein. Nein, haben sie nicht gemacht. Alter, ein Teletubbie. Alter, was geht denn ab? Was geht denn ab? Läuft. Welche rothaarige Streamerin tanzt denn in so einem Wasserbecken? Wer macht denn sowas? Ähm... Ich glaube, wir sind gleich da. On Fire Nerds. Alter, das ist aber... Das hat aber... Das hat aber Style, ey. Das schmeckt. Geil, Alten. In einer heutigen Garage. Alten. Der Strom ist aus. Ja, zum Glück. Wahrscheinlich wäre das Ding sonst abgebrannt, ey. Aber... Mit Strom kenne ich mich ja aus. Alten. So, warte ich jetzt. Schnapp dir den Mob. Auf jeden, ey. Hier muss aber erstmal ordentlich gemobbt werden. Weg hier und raus mit dem ganzen Dreck und Sermon. Geh weg. Weg, 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 weg. Nee, 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 nee. Ich muss hier erstmal wischen. Ich weiß gar nicht was. Schnapp dir den Mob und reinige dein Kaffee. Ah, oh, ah. Ernsthaft? Hier sind so Fußabdrücke. Nein. Vielleicht sollte ich erstmal... Kann ich den abstellen? Ja. Vielleicht sollte ich erstmal die ganzen Dosen... Müll kann ich gar nicht einsammeln. Muss ich das moppen? Ah, ich muss Müll moppen. Okay. Fußabdrücke moppen? Nein. Die hinterlassen doch hier jetzt nicht bitte alle schönen Fußabdrücke. Ich glaube, die hinterlassen hier wirklich Fußabdrücke. Verdammte Kundenschaft. Man wird ja wohl auch nochmal sein Hausrecht hier durchsetzen können. Weg! Hier, der komische Freak. Ksch, ksch, ksch. Oh, Katze. Oh, oh, und Hund. Und was ist hier los, Alter? Siehst du? Die fühlen sich schon wohl hier. Weil ich hier schön am schrubben bin, Alden. So. Alter, das ist aber ein Giraffe. So. Ich glaube, mittlerweile ist es sauber. Die Blubberbläschen, Alter. Sehr gut. Äh, ich kann den werfen. Warte mal. Nee, ich kann den weglegen. Okay. Okay. Stellen wir einfach erstmal ab hier in der Ecke. Kann ich das hier aufheben und... Ja, sehr schön. Sehr schön. Wir stellen das erstmal hier an die Wand, das Ding. Das ist aber doch eingängig. Das funktioniert doch gut. Wir stellen das Ding einfach hier erstmal hin. Gucke mal da. Und jetzt können wir hier tatsächlich schon Sachen platzieren. Zack. Der kommt da auch hin. So. Schönen guten Tag. Stuhl haben wir dran. Jetzt müssen wir einen Rechner, Maustastatur, alles draufstellen. Ja, Alter. Den muss ich mir doch dann kaufen, oder? Ähm. Computergehäuse, Monitor, Tastatur, Maus kaufen. Auf. Summerzor. Das ist einfach hier. Das ist hier der Meinungsverstärker. Den lassen wir hier in der Nähe. Falls irgendwie mal ein Rechner brennt. Okay. Also. Äh. Dann loggen wir uns mal ein. Äh. Ja. Ähm. Alter, wir haben 2000 Cash hier drauf. Wir haben hier die Uhrzeit. Lautstärkeregler ist auch direkt hier mit drauf. Das ist ja der Hammer. Wir gehen ins WWW. Wir können hier in Krypto gehen. Wir können zahlen. Mussten wir nicht. Ah, warte mal. Hier geht's weiter. Hier. Summerzor. Richtig. Und da müssen wir uns jetzt. Alter, überleg mal. Du hast hier so einen Monitor. Kann ich das nicht größer machen? Nö. Aber wir können es tatsächlich noch verschieben. Immerhin. Ah. Guck mal. Computercase und was nicht alles. Konsolen. Chair, Joysticks, Keyboards, Lampen und Co. Ähm. Müssen wir uns denn Specials holen? Wir haben 2000 Ocken. Wir holen uns natürlich erstmal die Basics. Äh. Und gucken uns das mal eben kurz an. Ja. Also hier gibt's natürlich wirklich den High-End-Kram. Aber eben auch für 100 Ocken. Die Basics. Monitore. 150. Maus. Okay. Ich glaube wir kommen damit klar. Mauspad. Nice to have. Paintings brauchen wir nicht. Desks brauchen wir auch erstmal nicht. TV, VR, Control. Krass. Also wir haben richtig viel Auswahl hier. Sieht schon mal echt gut aus das Ganze. Und hier haben wir Computer Cases. Also wirklich die Basics. Ich überlege halt, ob ich mir direkt irgendwie schon mal eine Steigerung hole. Oder ob das reicht. Ich würde sagen, wir fangen an mit der Basis. Also einen. Und wir gehen zurück. Wir brauchen... Den Stuhl haben wir schon. Den Sessel haben wir auch. Wir brauchen ein Keyboard. Einmal draufklicken. Wir brauchen den billigen Monitor als erstes. Die Maus. Und ich glaube damit haben wir alles. Sollen wir ein Mauspad noch für den besonderen Kick holen? Ich würde sagen, nö. Vier Artikel. Anders vier Artikel nur. Da fehlt doch bestimmt wieder was. Und wir lassen es liefern. Bestellung. Hm. Wenn das... Wow, 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 wow. Wow, wow. Was war das? Zur Hölle. Ich komme hier nicht raus. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Kuh. Ah. Alter, was ist hier passiert? Was ist denn hier passiert? Hier ist irgendwas explodiert. War das nicht dieser blaue Typ? Ich schnapp mir den Basis, Alter. Den krieg ich erstmal schön vorm Kopf. Weg damit. Basis. So. Attacke. Und Wurf. Wo ist der Typ? Da hinten ist einer mit dem Jogger. Alter, der kriegt direkt... Der kriegt direkt... Was ist mit ihm los? Och, der arme... Der arme Hund. Alter, hat der Lebra? Der zerfällt ja regelrecht. Oder hat... Ist die Katze tot? Ne, ist sie nicht. Da, er hier. Du alten Bänger. Warte hin. Warte hin. Ist doch gut, Mann. Ist doch gut. So. Nächstes Mal machen wir das aber mal direkt als erstes hier. Direkt auf die Umme. Okay. Kannst ja nicht ausdenken. So. Wo ist er? Rechte Maustaste einfach. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los, Alten? So. Wieder von vorne. Wir machen das mal diesmal hier in die Ecke. Dann muss der Typ irgendwie weiter laufen. Also, haben wir alles. Stuhl. Äh, hier. Stuhl. Ran. Jetzt. Wir haben nicht mal eine Lampe jetzt hier. Wo hangen denn die Lampe, Alten? Ist das hier dunkel, ey? Ich weiß gar nicht, wo das Ding war. Kann ich das platzieren? Muss ich das irgendwo ranhängen? Ah, hier. Schönen guten Tag. Kann ich das noch umhängen? Dann mach ich das so bei mir drüber, Alter. Dann bin ich, hab ich die Erleuchtung. So. Alter, ohne Scheiß, ne? Ich muss den Basie, kann ich das ins Inventar tun? Wenn ich den sehe, ne? Gib direkt auf die Umme. Ähm. Eins, zwei, drei, vier. Also. Jetzt aber rein hier. Warenkorb. Ah, hier. Bezahlen. Alter. 500 Ocken. Da bin ich aber schon halt pleite, ey. Mit Kuh kommen wir raus. Perfekt. Wann kommt das Zeug? Wie lange braucht das? Äh. Ja. Warten Sie auf den Postboten. Okay. Warten Sie auf die Produkte. In der Zwischenzeit würde ich sagen, laufen wir hier nochmal ein bisschen Patrouille. Und wenn der Blaue kommt, Alden. Da hinten lungert er rum. Da hinten lungert er rum. Der kann gerne mal vorbeikommen, Alder. Direkt auf der Umme. Ja, schön, Harry. Schönen guten Tag, Harry, Alden. Wow, 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 wow. Camel Prime? Mit Camel Prime wurde das Ding geschickt, oder was? Geht mal weg von meinen Klamottis. Mit Camel Prime, Alder. So. Erstmal hier mein neues Zeug hier alles sichern. Äh. Der Strom ist aus. Ich hab bestimmt gleich kein... Ich hab bestimmt gleich kein Geld mehr. So. Computer 1. Hoppala. Äh. Monitor. Miau. So. Alter, was ein Sahnegerät, ey. Grün. Grün-Schwarz-Monitor hatte ich früher auch, ey. Hoppala. So. Müssen wir auch nochmal richtig hindrehen. Wie gehört das? So, ne? Perfekt. Und braucht man nicht noch ne Maus? Ich hatte doch noch ne Maus. Oder liegt die hier noch? Die liegt hier noch, Alder. Das ist dieser komische Knüppel. Alder, wenn ich die... Der blaue, wenn der gleich kommt, ne? Ohne Vorwarnung. Der kriegt einfach direkt. So. Ist jetzt hier schön? Ja, ne? Ja. Der kriegt direkt. Ähm, was mach ich denn jetzt? Achso, der Strom ist aus. Ist das ein Strom-Timer, der irgendwie läuft und ich hab dann immer nur ne gewisse Zeit? Öffne das Café. Okay, wir können das also vom Haupt-PC aus, können wir das... Alter, ist das ein Bandit? Der hat ja so ne Maske auf. Äh, können wir das öffnen? Also öffnen wir jetzt unser Café-Rechner. Wir laden erst mal wieder... Piep, piep. Ja. Erst mal schön booten lassen, das Ganze. Und dann... Ach, hier, Café. Geöffnet. Ja, mega. Was hatten wir denn noch im Internet? Foods? Oh. Oh, muss ich mir Sachen... Ach, vielleicht kann ich für die Leute hier was bestellen. Das ist auch nicht schlecht. Wenn hier denn irgendwelche Leute mal kommen. Da kommt einer. Ja, hau die Alten. Wollt ihr mal ein bisschen hier Internetzen? Gönn dir. Weg, 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 weg. Wo, wo, wo? Mein Rechner brennt. Und meine Ohren bluten. Alter, was war das? Das kann doch nicht sein. Sag mal, kriege ich eigentlich auch Geld von den Lümmels? Oder lungern die jetzt hier einfach nur in meinem Rechnern hier rum? Sag mal, hast du eigentlich auch schon gezahlt? Was war mit dem anderen Otto? Kriege ich eigentlich Geld dafür oder was? Alter, ohne Scheiß, ne? Die Sounds, das ist ja unnormal laut. Das ist ja unnormal laut. Das ist ja nicht mehr feierlich, so laut ist das. Das ist ja krass. Das ist auch nicht normal, Eilen. Von wegen Geld und so, starten sie die Zeit des Kunden, benutzen sie die Cafésoft-App. Ah, das heißt, wenn jetzt einer reinkommt, Preise ändern. Normaler Preis, billig. Wir machen mal einen auf billig. So. Hallo. So. Und jetzt, wie starte ich jetzt? Da, voll. Anfang. Genehmigen. Das war's? Das war die... Okay. Tutorial. Okay, und jetzt kriege ich halt auch Cash dafür. Ah. Cool. Die Frage ist natürlich, wann... Alter, was ein Dreck. Was ist denn mit dir? Das war gerade noch nicht... Und dann kriege ich auch Cash dafür, während er hier... Ja. Ich lass den... Ich lass den Schrubber mal direkt hier, ne? Viel Spaß, Alten. Ei, 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 ei. Alten, bist du fertig? Ah, er steht gerade, okay. Wir warten dann nochmal ein bisschen. Was haben wir denn hier? Gegenstand. Sprühen. Ach, Geruch. Nee. Nee. Ach, Rosenduft, Alter. Mmh. Pfeilchen und Rosen. Genau mein Ding. Was ist dette? Thermometer. Warm. Was muss ich denn scannen? Muss ich hier Leute scannen? Oh, er hat jetzt Cash gezahlt. Das waren jetzt, glaube ich, 29... Nee, jetzt hat er einen Cooldown drauf. Okay, wahrscheinlich. Warm 20. Ähm. Aber er hat, glaube ich, bezahlt. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Mahlzeit. Ja, ich, äh, eile. Anfrage genehmigen. Gerne doch. Läuft die Kohle. Da war einer mit so einem komischen Grinsen. Ah, er ist da schon wieder. Oh, ich muss den Basie mehr in der Nähe halten. So. Alles schön im Griff. Ja. Ich, äh, ach, äh, Alter. Bin ich eigentlich in den Schmuddelcafé oder was? Hier ist doch alles total sauber und clean und anständig. Ich fühle mich hier schon sehr, sehr sicher. Sehr angenehme Area. Dankeschön für Geld. Nimm Geld. Okay, jetzt habe ich gerade das erste Mal Geld bekommen. Der andere hat einfach nicht bezahlt. Wenn er das nächste Mal kommt, prügele ich ihm die Kohle raus. Bis zum nächsten Mal. Rinja hauen. Und ich würde sagen, hiervon gibt es noch ein paar weitere Folgen. Und ich würde sagen, hiervon gibt es noch ein paar weitere Folgen.